Hallo und willkommen. Es ist Sonntagmittag. Wir haben hier hervorragendes Wetter im Bergischen Land. Es ist wie verhext. Ich habe ja das Raw Future Camp Event 2016 verschoben. Das hätte eigentlich jetzt am Wochenende stattfinden sollen, aber aufgrund der Unwetterverhältnisse habe ich dieses Event verschoben. Es ist zwar jetzt gutes Wetter und es war auch gestern Nachmittag mal schön, aber ich bereue es nicht, es verschoben zu haben. In der Nacht von vorgestern auf gestern ist es hier richtig heftig zugegangen. Beim Nachbarn ist es undicht geworden. Das Haus, das Dach ist irgendwie zum Teil weggerissen worden. Das Rock am Ring Festival, was nicht so weit entfernt von hier stattfindet, musste auch abgesagt werden. Und da sind 100.000 Gäste, die jetzt nach Hause fahren mussten, aufgrund der Gefahren. Und es gab wohl 51 Verletzte. Und wenn man das jetzt mal irgendwie ausrechnet für das Raw Future Camp Event, dann hätte sich eine 20. Person verletzen müssen, rein statistisch gesehen. Das ist mir trotzdem zu hoch und man hat natürlich auch nicht so viel Spaß. Wir haben es ja abgesprochen, die meisten waren dafür, dass wir es verschieben und es war wirklich die richtige Wahl. Und zwar werden wir das Ganze auf den 15. Juli bis 17. Juli verschieben. Also auch Wochenende, Freitag bis Sonntag, 48 Stunden, vielleicht ein bisschen länger, wird das Raw Future Camp Event 2016 stattfinden. Nun ist es ja so, dass sehr viele Leute interessiert daran sind und ich die Anmeldung vor 6, 7 Wochen ja bereits schließen musste, weil einfach viel zu viele kommen möchten. Und ich muss halt schauen, dass ich das jetzt nicht zu groß mache. Erstmal ist das auf einem privaten Grundstück. Dann haben wir ja auch nicht so viel Platz. Und ich möchte das Ganze natürlich recht überschaubar halten. So, und ich habe mir jetzt noch folgendes System überlegt. Alle Leute, die bereits eine Anmeldebestätigung bekommen haben und dieses Wochenende dabei gewesen wären, haben natürlich auf jeden Fall die definitive Chance, auch am 15. bis 17. Juli dabei zu sein. Allerdings werden sicherlich nicht 100% von den Leuten, die jetzt am Wochenende gekommen wären, auch Mitte Juli Zeit haben bzw. würden dann kommen. Deswegen machen wir es ganz einfach. Ich habe mir folgendes System überlegt. Es gibt jetzt nochmal eine neue Anmeldung. Also es muss sich jetzt leider nochmal neu angemeldet werden, damit ich das alles besser kalkulieren kann. Und die wird mindestens drei Wochen laufen. Oder länger, wenn die Anmeldung noch nicht voll ist. Also wenn noch Plätze frei sind, was ich jetzt nicht glaube. Aber mindestens wird die drei Wochen laufen. Und die, die bereits eine Bestätigung bekommen hatten für dieses Wochenende, haben ein Vorrecht. Ich werde also nach diesen drei Wochen dann schauen. Und die werden auf jeden Fall eine Chance haben, zu dem Camp-Event zu kommen. Und dann werde ich bei den restlichen Anmeldungen gucken. Da werde ich die, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also die ersten, die sich dort angemeldet haben, bis halt alle Plätze vergeben sind, denen werde ich eben auch eine Chance geben, auf das Raw Future Camp-Event 2016, das verschobene Mitte Juli, kommen zu können. Ihr werdet auf jeden Fall dann von mir eine E-Mail erhalten. Schaut also in eure Postfächer. Aber erstmal läuft das Ganze drei Wochen. Und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Anmeldung. Bitte euch, meldet euch an. Und ich hoffe doch, dass wir am 15. bis 17. Juli keine Unwetterwarnungen haben werden. Und im besten Falle sogar so schönes Wetter wie jetzt. Wenn es ein bisschen regnet, dann regnet es halt. Dann wird es Pavillons und auch Zelte geben. Aber bei diesem Wetterchaos, was wir jetzt am Wochenende hatten, das hätte keinem Spaß gemacht. Und da hätte ich auch kein gutes Gefühl mitgehabt. So, deswegen meldet euch an. Ich würde mich sehr freuen, weil ich habe jetzt auch ganz oft die Frage gestellt bekommen, kann ich dann vielleicht kommen? 15. Juli hätte ich Zeit. Wie gesagt, ihr habt jetzt alle nochmal die Chance. Aber es wird eine Auswertung dann geben. Ungefähr am 31. Juni. Und dann werde ich die Bestätigung rausschicken. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, dass wir ein schönes Festival haben. Also dieses Informationsvideo an alle Interessenten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen.